was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zurück zu a plug tale innocence so wir machen jetzt hier an kapitel 3 weiter vergeltung wir hatten ja die dorfbäude haben uns als dämonen beschimpft und es gejagt und wir haben es ja dann trotzdem noch ein kloster geschafft und uns vorteil ein bisschen geholfen und ja jetzt ist natürlich die frage wie geht es weiter nicht wie sieht man auch jetzt suchen ok dann erzähle ich mal nichts sondern spiele ich wünsche es ist jetzt viel spaß dabei und let's go so ok mit den kerzen zeigt man dass man an jemanden denkt wenn du willst aber verbrenn dich nicht ok kleiner mann schön detailliert gemacht hier muss man ja schon sagen bitte wache über sie ja ob uns da noch unser christentum heilen kann das ist eine sehr gute frage mal schauen ob wir die beantwortet kriegen hier saß aber auch schon mal besser aus habe ich ein gefühl das ist das echo hallo ugo das ist sogar ugo verbarrikadiert wozu soll das gut sein das verhindert dass hier jemand rein oder raus kommt hier er raus ein rosenkranz wozu braucht man den zum beten synchron ich hab's nicht vorab gespielt leute habe zum glück gar wieder ein bisschen zeit für let's place gefunden wir haben dienstag den 21 also schon ein bisschen her wo ich das das letzte mal gespielt habe aber die sünde die ich begangen habe ich wollte nicht du tust mir weh tut mir leid ein bisschen zu feste gedrückt ja und jetzt sind wir mit ugo hier müssen auch nicht was wir machen sollen schön hier ist verbarrikadiert ist hier irgendwas was übersehen wir fragezeichen aha die leiter da am rande ein zerbrochenes fenster kletter hoch ich hoffe sie zerbricht nicht wie die vorhin ja vertrau mir ugo wir wollen's hoffen ja der ist jemand Kinder was macht ihr denn hier Pater wir brauchen Hilfe geht es ist zu gefährlich ihr habt hier nichts zu suchen wartet bitte es ist wichtig wir sollten mit ihm reden ja das ist leichter gesagt als getan wir müssen ja erstmal dahin finden ist es der der weiß wo Laurentius ist das muss er sein er muss einfach ok sie haben alles zerstört was geht hier vor ja die haben uns besucht vielleicht bauen sie größere Betten das bezweifle ich vielleicht bauen sie größere Betten warum auch nicht da oben ist noch was was war hier ah aufwerten stimmt sowas 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 gut gut sammeln um aufzuwerten hm die schleuder können wir hier schon mal nicht nutzen den geruch kenne ich heilkräuter die mönche müssen sie ins wasser getan haben um sich zu reinigen Mutter hat das auch immer getan ok da gehe ich aber nicht rein wir haben den harten stoff gefunden habt ihr es gesehen jetzt kann es ab ok alkohol yay sind wir aber doch beide zu jung für da gucken wir hier lieber weiter hier ist bestimmt noch was versteckt da liegt schon mal was leder wie leder sozusagen hh so weiter geht es hier genug rum getrödelt mensch 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 hau doch nie ab bleibt doch hier zack sei petersäure ach nee sei petern nimm die axt die sind wunderschön das sind Nelken ich hatte auch welche in meinem Herbarium aber diese hier sind schöner Hugo wir müssen weiter warte komm mal her was die wird dich beschützen und sie sehen schön aus süß na dann jetzt können wir gehen Hugo der Frauenheld nimm die axt noch mit hallo wenn jemand kommt axt kopf egal das sind nur eine idee von mir allerdings ich glaube auch nicht dass sie mit einer hand die axt tragen kann also es ist dann doch vielleicht am ende logisch da hinten ist nix es ist einfach nur hell hier ist auch noch mal drin schnür schnür komm Hugo wir müssen los hier ist zu hier auch ich hoffe wir werden jetzt nicht wieder direkt gejagt ok Pater ihr schon wieder ihr sollt verschwinden nur einen Augenblick nur ihr versteht es nicht geht solange ihr noch könnt bitte jemand muss uns helfen wenigstens ihm ja das stimmt das das Wappen von Robert wir sind seine Kinder wir suchen Laurenzius den Doktor kennt ihr ihn? ja ja ich kenne ihn und ich weiß er kümmert sich um eure Familie er sprach von dir so ich bin Pater Thomas eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen oh oh die Inquisition sie kam und sie dachte denn unsere Eltern ich kann es mir denken doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer nein bei Sprügel war es nicht du bist fort unverzüglich sonst sterbt ihr aber Pater die Dorfbewohner wollten uns töten sie sind völlig verrückt ich Laurentius Laurentius nein ich kann die Kirche nicht verlassen ok ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen vielleicht ist es noch nicht zu spät ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen doch dann möge Gott euch behüten das hoffen wir mal dass Gott uns behütet gerade scheint alles ruhig kommt weisen es ist aber dann auch die Ruhe vor dem Sturm wow ok von was dann breitete sich die Krankheit aus zunächst innerhalb der Familien dann überall Fieber Beulen Menschenstagen und als wir endlich die Ursache fanden war es bereits zu spät und was ist die Ursache wir sind fast da ok nur wir zwei sind noch übrig hm hm das ist aber nicht viel irgendwie traue ich dem Menschen ich weiß nicht das ist ein Gefühl er tut oft gut aber entweder ist das eine Falle oder er ist der Fallengeber wartet hier das werden wir bestimmt nicht wir werden die Gegend erkunden Bruder mach mir das Luder Bruder also das war was anderes für das geht oder ne la ne na das ist so am jeden der die die Alter Alter Habe ich schon mal Alter gesagt? Und jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung Sie kamen von hier unten Sollen wir vielleicht runtergehen? Ein Albtraum? Okay Das ist ein Mensch Der andere Bruder Wir müssen da raufklettern Ich muss den Fakt ablegen Nein, bitte Beruhige dich Da ist eine Halterung Wir haben immer noch genug Licht Aber was dann? Wir finden eine Lösung Okay Hallo? Oh, moin schön Hier ist Feuer Ja Wir müssen uns vereilen Ich kann nicht rennen Also Gleich gibt es aber heiße Finger Ja Ja Äh Okay Äh Äh Joa Okay Gehen wir mal da rüber Hm Da oben Die sollte ich runterholen können Ah, okay Ja, ja Warte Dann sammeln das noch raus Das war's wieder an dieser Stelle Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst gern ein Kommentar da Ein Abo Und ein Like Das wäre echt nice von euch Bis zur nächsten Folge Haut rein Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal